Die heutige Ausgabe der Show über Miniature Wargaming hier bei Rocket Beans TV ist, wie soll ich sagen, nun ja, äußerst historisch. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Rom, bemalen ein paar Edelsteine und ja, gehen in das England der 70er Jahre. Und dort gibt es, um es mit den Worten von Fraunales zu sagen, auf die Fresse. Ich bin Dennis und das ist Deist. Moin Moin und herzlich willkommen aus dem DICE Studio für eine weitere halbe Stunde Miniature Wargaming. Ja, Miniature Wargaming, das ist analoges Spielen, ja, richtig analog. Auch Games gibt es nicht digital, also nicht als Videospiele, sondern tatsächlich auf Brettern mit kleinen Figuren oder nicht auf Brettern mit kleinen Figuren. Ist tatsächlich eine Branche, die von Jahr zu Jahr immer größer wird und vor allem auch der spezielle Bereich des Miniature Wargaming, das heißt analoge Strategiespiele, die halt, ja, ich sag mal ganz erlaubt mit Zinnsoldaten gespielt werden, wird auch immer größer. Das Ganze ist eine ziemlich große Thematik, die auch ein bisschen Erklärung bedarf. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, was es ist, kann ich euch das jetzt hier in dieser Sendung nicht erklären. Ich habe aber schon mal ein paar Videos dazu gemacht. Die findet ihr unter diesem QR-Code hier oder später auch in der Videobeschreibung. Der könnt ihr folgen und euch die Videos anschauen. Dann wird euch erklärt, was das Miniature Wargaming in Deutsch, das Tabletop-Spiel im Endeffekt, ausmacht und was dann das Besondere der ganzen Geschichte ist. Und dann versteht ihr auch, worüber diese Show im Eigentlichen ist. Aber ich empfehle euch, guckt euch das trotzdem mal an, vielleicht findet ihr was Interessantes. Genauso interessant zum Beispiel wie die News aus der Szene der letzten Woche. Mit denen starten wir jetzt und dann geht es direkt in den Inhalt. Ich würde sagen, ab dafür. Fantasy Flight Games haben nach sechs Jahren die zweite Edition von X-Wing angekündigt. Das Balancing soll verbessert und Spielelemente angepasst werden. So wird unter anderem die Star Wars-typische Macht als Fähigkeit eingeführt. Die Fraktionen spielen sich stark unterschiedlicher als zuvor und eine App zum Armeebau wird eingeführt und wohl auch notwendig werden. Die deutsche Version von X-Wing soll im dritten Quartal 2018 verfügbar sein. Der neueste Release vom Spiel Dark Age ist wieder mal sehr... interessant. Während für verschiedene Fraktionen sehr coole Mutanten und Monstren erscheinen, ist der Fraktionsstarter des Toxic Cult, nun ja, also irgendwie cool und endzeitig, aber auch, nun ja, interessant. Tabletop ist nur was für Kerle. Nun ja, wenn man meiner Zuschauerschaft bei YouTube glaubt, dann definitiv zu 99 Prozent, aber ich kenne durchaus mehrere Frauen, die das Hobby mögen. Jaja, und warum sollte es als Merchandise-Send immer nur unförmige Unisex-Shirts als Kleidung geben und nicht auch mal eine andere Zielgruppe bedienen? Daher haben Wild Bangerang die erste Charge ihrer Games Workshop-Lizenzprodukte gestartet. Bedruckte Leggings im Stile der Ultramarines, der Chaos Space Marines und der Tyraniden. Also, wenn ihr noch ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich nächste Woche sucht, ich trage XXL, wobei, wenn das Frauengrößen sind, dann wahrscheinlich 8-fach XL oder so. Hallo? Leute, ihr seid im falschen Raum. Wir sind nicht mehr im Studio, sondern am Maltisch. Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren, deswegen müssen wir heute da schnell rüber, denn wir wollen ja auch den Herrscher des Wandels weitermalen, ne? Kommt ihr nun? Äh, wisst ihr was? Ich spiele einfach den Trenner ab, okay? Hossa, liebe Leute! Ich habe hier am Bemaltisch auf euch gewartet. Ja, um nämlich mit euch die Edelsteine des Lords of Change zu bemalen. Warum ich darüber ein eigenes Video mache? Nun ja, ich experimentiere hier ein wenig und denke, dass ihr auch was davon haben könnt. So sollen nämlich die Edelsteine aussehen. Ich habe mich für einen lilanen Metallton entschieden. Ja, und zwar für alle Edelsteine. Die werden einheitlich, denn wenn wir zu viele unterschiedliche Farben haben, naja, ihr wisst ja, wie das so aussehen kann, wenn das zu chaotisch wird. Passt natürlich zum Chaos und auch ein bisschen zu Zinch. Aber wir verlieren ein bisschen dann auch den Fokus der Figur und es wirkt einfach irgendwie dann nicht mehr schön. Und deswegen eine schöne lilane Farbe für alle. So, und lila aus dem Grunde, weil diese Farbe sehr gut zur Haut des Vogels passt. Und Metall anstatt glänzende Edelsteine. Nun ja, weil ich von den Metallfarben der vorigen Folge so angetan war und zeigen möchte, dass man einfach auch mehr mit Metall machen kann, anstatt einfach nur zu waschen und trocken zu bürsten. Außerdem wollte ich, ja, ein bisschen mehr mit den Scale Metallics rumprobieren. By the way, folgende Farben werden jetzt hier verwendet. Tatsächlich habe ich fast, aber auch nur fast nur Farben von Scale dieses Mal verwendet. Und zwar ganz vorne voran das Black Metal, das Amethyst Alchemy, das Decay Black, das Inktense Black, das Inktense Violet und das White Alchemy. Zusätzlich gibt's noch das Metal Medium von Vallejo. Wir wollen ja nicht nur ein Hersteller hier benutzen, nicht wahr? Als erstes mische ich mir ein Farbverhältnis von 40% Black Metal, 40% Amethyst Alchemy und 20% Decay Black zusammen. Dieses nun dunkle, leicht lila gefärbte Metall tragen wir nun auf alle Edelsteine auf. Als zweites kommt eine 50 zu 50 Schicht Black Metal und Amethyst Alchemy obendrauf. Das wird aber nicht normal geschichtet wie sonst immer, sondern wir malen das hier etwas anders. Wir lassen den Großteil der Fläche und der Rundung so wie sie ist. Die neue, hellere Farbe kommt nun in einem Halbkreis auf eine Seite des Edelsteines. Wir achten also darauf, dass wir wirklich einen Halbkreis oder sagen wir mal Halbmond malen, sodass die Mitte der runden Fläche noch dunkel ist. Ihr könnt euch aussuchen, welche Seite ihr bemalen wollt, aber wichtig ist, dass alle Edelsteine die gleiche Seite heller bekommen, denn dies simuliert im Endeffekt den Lichteinfall auf die Steinchen. Ja, in diesem Fall ist es so, dass links und Mitte die dunklere Farbe hat, rechts im Halbmond zur Mitte geöffnet die hellere Farbe. Und das hellen wir nun weiter mit einer puren Schicht Amethyst Alchemy auf. Durch diese verschiedenen, nicht allzu krass voneinander sich unterscheidenden Schichten verstärken wir den Glanzeffekt und kriegen die Farbübergänge äußerst sanft hin. Auch wenn es zugegebenermaßen etwas schwer ist, das bei Glänzende Metall richtig gut zu sehen. Ja. Und auch hier wieder die Farbe als Halbmond auftragen und wie beim Schichten immer weniger als zuvor auftragen. So kriegen wir einen Farbverlauf von dunkel zu hell von links nach rechts hin. Und jetzt wollen wir das Ganze noch glänzender machen. Dazu mischen wir Amethyst Alchemy mit dem Metal Medium von Vallejo. Damit malen wir wirklich nur die äußersten Ränder rechts an. Ja, und jetzt könnten wir doch theoretisch auch das Metal Medium pur auftragen für so einen Spitzenakzent, um einen pelmutartigen Glanz zu generieren. Das würde aber gegen den von mir gewünschten Effekt zielen. Der kommt an sich so insgesamt, aber leider aktuell noch nicht so wirklich gut raus. Denn wie gesagt, auf Metalltönen ist das aufgrund der reflektierenden Oberfläche tatsächlich etwas schwer zu erkennen. Gut, muss ich da etwas nachhelfen. Dazu nehmen wir eine schwarze Lasur. In meinem Fall habe ich hier das Inktense Black von Scale genommen, da ich das in einem Farbset hatte und dann muss ich mir halt kein eigenes anmischen. Dieses trage ich nun nicht auf die von uns vorher bemalte Fläche auf, sondern auf die entgegengesetzte Seite. Ich versuche also das, was der Halbmond nicht aufgehellt hat, abzudunkeln. Sprich, wir malen alles links bis teilweise zur Mitte mit der schwarzen Lasur an. Das muss man eventuell zwei- bis dreimal machen, da eine so flüssige Farbe leicht von einer konvexen Fläche abrutscht. Aber ich denke, ihr seht, was ich damit erreichen will, ne? Und das ist das Ergebnis. Wir haben nun links eine dunkle, fast schwarze Fläche, die bis in die Mitte abgerundet ist. Nach rechts hin wird das lilane Metall immer heller. Dadurch erzeugen wir eine Art Transparenz und Tiefe. Und weil es Metall ist, wirkt das alles aber irgendwie zwar physikalisch korrekt, aber nicht richtig. Ein ziemlich netter Effekt für Zinsch, wie ich finde. Die Farbe glänzt an sich zwar schon, es ist ja eine Metallic-Farbe, dennoch möchte ich einen Glanzpunkt direkt setzen, um den Effekt noch einmal zu verstärken. Dafür nehme ich nun das White Alchemy von Scale. Dies ist ein wirklich weißes Metall. Nicht so permuttartig und rein silber wie das Metal-Medium, sondern wirklich weiß gefärbt. Das nehmen wir mit einem Feinpinsel auf und setzen nur einen Punkt auf die Edelsteine. Aber nicht auf die helle Fläche, sondern ans linkere Ende der dunklen, fast schwarzen Seite. Dadurch simulieren wir einen Glanz ähnlich einem Auge, wo sich in der Pupille das Licht anspiegelt. Und genau dieser Glanzpunkt lässt uns die Illusion eines Edelsteines glaubwürdig erscheinen. So, aber eine Sache muss jetzt noch sein. Das Lila ist zwar da, aber für mich nicht intensiv genug. Das muss nämlich noch stärker gemacht werden. Dazu nehme ich mir das Inktense Violet, verdünne es etwas mit Wasser und male es als Lasur über die Edelsteine rüber. Und wer sich immer fragte, wofür Lasuren da sind und mein Tutorial für Lasuren sträflicherweise nicht gesehen hat, dafür. Die Farbe ist dünn aufgetragen, transparent und färbt so die untere Fläche ein, ohne ihr ihre Farbeigenschaften zu klauen. Und nun haben wir das, was wir erreichen wollten. Lilane Edelsteine aus Metall. Ist zwar physikalisch totaler Quatsch, also glaube ich zumindest, aber ich finde, dass es wunderbar zu ziehen passt und farblich mit der restlichen Figur super harmoniert. Diese Bemaltechnik funktioniert natürlich viel besser bei Nicht-Metallic-Farben, könnt ihr gerne ein bisschen rumexperimentieren. Was haltet ihr aber von diesem Tutorial? Hat es euch gefallen oder inspiriert? Dann wisst ihr ja, was ihr mit dieser ganzen Daumen hoch und Abo-Knöpferei machen müsst, nicht wahr? Und diesen Glöckchen gelöt. Nächste Woche werden wir den restlichen großen Shit des Geiers bemalen, und zwar den Stoff. Und bis dahin, keep painting! Das Kurz-Review diese Woche ist tatsächlich ziemlich kurz, aber nicht von der Laufzeitlänge her, sondern von der Größe. Ach, das ist eine scheiß Überleitung, ehrlich gesagt. Ich habe heute tatsächlich historische Figuren da, und zwar römische Figuren von Van Dijk Models aus Belgien. Und die sind ziemlich besonders. Und deswegen schauen wir uns die jetzt mal an. Van Dijk Models habe ich auf der Taktika 2016 kennengelernt. Dieser kleine, familiäre Hobbybetrieb aus Belgien produziert historische Modelle im Maßstab von 1 zu 144, was ungefähr 10 bis 12 Millimeter wäre. Die erste Charge waren römische Legionäre sowie Kommandofiguren für diese. Beides habe ich mir nun dieses Jahr endlich mal direkt auf der Messe aus reinem Interesse gekauft und stelle sie euch hier nun vor. Im Infanteriebeutelchen bekommt ihr 30 Legionäre aus Metall in drei minimal unterschiedlichen Posen. Sie bestehen aus zwei Teilen, den Legionären selber und den Schilden. Hinzu kommen noch drei Regimentsbases aus Kunststoff für jeweils 10 Modelle. Der Kommando-Blister beinhaltet 10 Miniatur. Dabei sind Standartenträger, Musiker und Zenturionen. Alle ebenfalls aus einem Guss plus Schilde und einer Regimentsbase. Alle Modelle sind aus Metall und einem wirklich fantastischen Guss. Ja, die dünnen Sperre verbiegen leicht, aber hey, so what? Wieder zurechtbiegen und fertig. Der Zusammenbau ist dafür aber richtig fummelig. Es sind zwar nur Schilder auf Hände zu kleben, aber verdammt, das war das allererste Mal, dass ich fast eine Pinsette gebraucht hätte. Die Dinger sind so klein, dass meine Finger hinterher nach dem Kleben viel stärker zusammenbacksten als die Figuren überhaupt. Naja, vom Design kann ich nicht sagen, inwiefern diese Modelle historisch korrekt sind. Natürlich sind die Modelle nicht allzu dynamisch, da sie halt marschierende Legionäre im Regiment darstellen. Aber was ich großartig finde, sind die vorher schon erwähnten Details. Ich habe in der Größe schon einige Figuren gesehen, aber nie in diesem Detailgrad. Wir erkennen Gesichter, Rüstungsteile und ich glaube hier und da sogar meine Schnalle. Für Maler dürfte das eine richtige Herausforderung sein. Die Macher selbst hatten mir erzählt, wie sie es schaffen, diese Details in dieser Größe zu machen. Denn normalerweise werden Figuren modelliert, oft auch in einer größeren Größe. Die Masterfiguren dieser Legionäre werden von Van Dijk allerdings geschnitzt. Und zwar in der Originalgröße halt. Also in der, in der wir sie kaufen können. Und das ist ziemlich krass. Und damit ihr mir in die Kommentare richtig schön schreiben könnt, was ihr denn von den Püppis haltet, ja, hier nochmal einen Größenvergleich, damit die Kinnladen nach unten fallen können. Crowdfunding-Finanzierung ist im Spielebereich tatsächlich mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch im analogen Bereich, auch im Miniaturbereich. Und deswegen gibt es hier bei DICE den Kickstarter der Woche eine Rubrik, die euch halt eine Crowdfunding-Kampagne näher bringt. Und die kommt nicht von mir, sondern von dem guten Kollegen Gregor von der Webseite magabotato.de. Und der sucht nämlich jede Woche einen Kickstarter-Woche raus. Und deswegen sage ich für diese Mühe, danke, Gregor. Der Kickstarter der Woche wird euch präsentiert von Gregor von Magabotato. Diese Woche ist mal wieder ein miniaturenlastiges Brettspiel-Thema fürs Crowdfunding. Curl of the Dead ist ein semi-kooperatives Brettspiel für zwei bis fünf Spieler. Jeder von denen steuert einen der Charaktere, die versuchen, die Unterwelt zu vereinen. Aber wie das nun mal so ist, nur einer kann Kalif anstelle des Kalifen werden. Äh, Obermotz der Unterwelt natürlich. Von den Modellen gibt es bis dahin leider nur Ränder zu sehen. Die sind allerdings ganz schick geworden. Ja, und der Haken daran ist, es ist das erste Projekt des Herstellers Project Raygun. Das heißt, wir wissen nicht, wie die Qualität am Ende aussehen wird. Was man bisher im Rahmen des Kickstarters sieht, schaut allerdings gut aus. Sowohl das Spielbrett, als auch die Karten und das Zubehör sind aufwendig gestaltet. Und man kann sich sogar aussuchen, welches Design die Spielbox, die man erhält, bekommen soll. Gerade das ist ein hübscher Bonus. Ebenso wie das Comic, das die Vorgeschichte des Spiels erzählt. Mit 90 US-Dollarn ist das Projekt auch durchaus im legitimen Rahmen für den gelieferten Umfang, zu dem immerhin über 60 Figuren und jede Menge Spielmaterial gehört. Also los, der Tod wartet auf niemanden. Oder doch? Gebt's doch einmal zu, manchmal würdet ihr auch so gerne Randale machen, oder? Sei es aufgrund von politischen Aktionen oder weil ihr einfach besoffen seid und vom Fußballspiel kommt. Das kennt ihr nicht. Gut, kenne ich auch nicht. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, genau das nachzuspielen und das Ganze total pazifistisch mit Würfeln und Figuren. Und zwar bei dem Spiel mit dem vielsagenden Namen Agro. Und das habe ich angezockt. Und ja, das könnt ihr jetzt sehen. Das Testspiel in 10 Minuten. Testspiel in 10 Minuten von der Hamburger Taktika. Und heute ist neben mir Mario. Entschuldigung, meine Stimme versagt schon ein klein wenig. Mario, geht's dir gut? Mir geht's super. Ja, zweiter Tag Taktika. Wochenende war lang, anstrengend. Okay, super. Dann wollen wir Agro spielen. Was ist Agro? Kannst du das mal kurz erklären? Agro ist ein Football-Skirmisch-Spiel. Hooligans, 70er Jahre in England, in den Arbeitervierteln. Gibt's ordentlich blutig auf die Nase. Es darf gelacht werden, es darf gepöbelt werden, es dürfen Flaschen geworfen werden. Alles super. Das stimmt nicht. Also nachdem wir gerade Bier getrunken haben, ich hab übrigens drüben mein Bier vergessen. Äh, Malzbier. Egal. Dann würde ich mal sagen, ein Grund für mich zu pöbeln, würde ich sagen. Pöbeln ist gut. Dann lass uns lossehen. Dann würde ich sagen, unser Testspiel in 10 Minuten startet jetzt. Okay. Ich fange kurz grob an. Ja. Agro spielt sich so. Du hast eine Crew. Das sind ein paar Leute, die zusammen rumhängen, in Papp sind, boxen, saufen, alles machen. Sie können sich bewegen. Das ist immer eine Sache, bis zu 6 Zoll. Und Sie können eine Aktion machen. Finden wir hier auf den Karten drauf. Sie können Fängesänge machen, um Punkte zu kriegen. Sie können jemanden verspotten, um ihn an sich ranzuziehen. Sie können jemanden einschüchtern, um ihn von sich wegzudrücken, wenn Sie denken, er ist zu nah dran. Flaschen werfen können Sie auch. Super Sache. Macht viel Schaden. Ja. Und Schläger reingehen. Das macht immer Spaß. Alles klar. So, fangen wir direkt einfach mal an. Ja. Ich würde sagen, nimm einfach mal die Hippies. Die sind gerade auf deiner Seite, bieten sich gut an. Ich hab mir, ich kann mir das ja so erzählen, und ich hab mir die Hippies ausgesucht. Schnapp dir dein Kartendeck. Ich hab sie vorhin schon gemischt. Ja, danke schön. Wir ziehen jetzt erstmal eine Karte, um die Initiative zu ermitteln. Ja. Macht das bitte einmal. Das können wir auch machen. Ich hab ein Herzkönig. Ich hab ein Kreuz, 5. Okay. Mit dem Herzkönig hab ich die Initiative. Ich schnapp mir jetzt mein Lineal und meine Bewegung. Da haben wir die 6 Zoll eingetragen und auch ein paar Stiefel, dass man weiß, was wir tun. So, ich setz mein Lineal an und bewege meine Crew in deine Richtung. Ja. Da es ein Bier- und Brezelspiel ist, man nimmt das Messen nicht so super 100% hin. Ja, ach, finde ich super. Man kann einfach die Huren in Nacht schieben. So. Meine Bewegungsaktion ist zu Ende. Ich kann jetzt noch eine weitere Aktion machen. Ich habe die Möglichkeit, eine dieser Aktionen der Karten zu tun. Ich messe jetzt erstmal nach. Vorabmessen ist auf jeden Fall jederzeit erlaubt, ob ich in Reisweite bin. Ja. Selbst die dichteste Person ist immer noch zu weit weg. Ja. Ich kann nichts weitermachen. Ich gebe den Zug jetzt an dich ab. Okay. Das war jetzt, Flaschenwerfen war jetzt diese Reichweite, hm? Flaschenwerfen wäre die 9 Zoll Reichweite, die mittlere Stablone. Aber ich könnte mich bewegen und dann nur Flaschenwerfen? Das kannst du auf jeden Fall machen. Das sieht auch gut aus. Würde ich sogar ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, so Hippies, kann ich, also, dumme Frage, ich muss dich natürlich sehen. Ich kann mich jetzt nicht hinter den Zaun verstecken und dann einfach die Flaschen rüberwerfen. Kannst du. Kann ich. Kannst du. Du hast dann einen kleinen Malus. Egal. Das ist echt am besten. Okay. Also, wie Hippies das so machen? Ich kenne das von mir. Ich laufe, Rennung auf dich los. Aufstehen mit Gebrüll. Aufstehen mit Gebrüll und Flaschen schmeißen. Alles klar. Was sind das für Minis? Die sind jetzt aus Metall, ne? Die sind aus Zinn gegossen, in Kleinserie bei Ainstee Castings. Ja. Die machen die halt auch speziell für dieses Spiel. Von denen ist das Spiel ja. Ah ja, okay. Eine Sache ganz wichtig. Ja. Habe ich gerade vergessen zu sagen. Figuren, ganz wichtig, immer im Base-Kontakt behalten. Ah, okay. Ja. Damit es, wenn es zu einer Prügelei kommt, sie auch ordentlich beisammenstehen. Okay, gut. So, jetzt hast du folgende Möglichkeit. Du hast dich bewegt. Dadurch bekommst du einen Malus von einer Karte weniger, die du ziehst. Hier wird ja nicht gewürfelt. Naja, richtig. Müsste doch eigentlich genau dein Ding sein. Stoll. Und würfeln. Wir werden es gleich sehen. Zieh bitte mal pro Person eine Karte. Schwarze Bildkarten sind Treffer beim Flaschenwerfen. Ja. Ich kann mich dann, wenn du getroffen hast, noch verteidigen mit schwarzen, äh, roten Bildkarten. Entschuldigung. Schwarze Bildkarten treffen, rote Bildkarten werden ab. Okay. Zieh mal pro Person minus diese einen Karte. Karten. Entsprechend vier Karten. Fünf Stück dann, ne? Äh, fünf Karten für die Rechte. Also, schwarze Bildkarten, das ist kein schwarzes Bild. Bube, Dame, König, Ass. Nein. Nein. Drei. Nein. Vier. Nein. Das sieht nicht gut aus. Ja, nee, Karten ist ja voll mein Ding. Ach, Mensch. Ich habe nie gesagt, dass sie gut werfen, aber zumindest haben sie Flaschen geworfen. Sie waren schon mal da. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich ärgerlich gelaufen. Konnten sie nicht machen. Ja. Aber, das ist ja der Vorteil, wenn du jetzt auf mich zukommst, liegen überall Scherben. Das ist... wollen wir mal schauen. Okay. Normalerweise, wenn man mit mehreren Crews spielt, dann würde ich jetzt meine zweite Crew aktivieren. Du würdest deine zweite Crew aktivieren. So lange, bis alle Crews einmal aktiviert wurden. Okay. In diesem Fall, da es ja ein bisschen einfacher gehalten ist, belassen wir es dabei. Wir fangen eine neue Runde an. Wir ziehen wieder eine Karte für die Initiative. Ja. Ich habe einen zweiten. Nein, das sieht nicht gut aus. Und mit der vier hast du die Initiative auf deiner Seite. Okay. Du könntest jetzt folgendes machen. Du könntest entweder wieder Flaschen werfen. Ja. Ob, acht, ob, acht. Das hat nicht so gut funktioniert. Probier vielleicht einfach einen Gesang. Auf zwölf Zoll hast du eine sehr gute Reichweite. Ja. Du kannst es singen. Entweder ein Fangesang, um zum Beispiel Siegpunkte zu bekommen. Okay. Oder du kannst zum Beispiel eben halt einschüchtern, damit ich weggehe. Oder du kannst was spotten, damit ich rankomme. Wenn ich dann bei dir in Reichweite wäre, dann kannst du gleich nochmal, for free, sag ich mal, eine Prügelaktion anfangen. Tatsächlich? Das geht. Du hast die Leute ja böse angeheizt. Ey, okay. Ja, dann wollen wir dich natürlich verspotten, dass du herkommst. Mach mal. Also das ist dann dieser Zwölf-Zoll-Reichweite, ne? Genau. Sind alle in Reichweite? Ja, definitiv schlimm. Jetzt kommt eine Neuerung. Okay. Dem hast du ja beim Flaschenwerfen pro Person gezogen. Deine Figuren haben aber auch einen Punktwert, ja. Damit du eben halt entsprechend Karten ziehen kannst für den Punktwert der Figuren. Du hast einen Governor. Das ist dein Anführer. Ja. Der kann vier Karten ziehen. Du hast die sogenannten Gieser. Das ist die alte Garde. Ah. Die können jeweils zwei Karten ziehen. Ja. Und du hast die Letz, das sind Neulinge, die können jeweils eine Karte ziehen. Okay. Du bist stationär geblieben, du kriegst diesen Malus von einer Karte oder weniger nicht, weil du dich nicht bewegt hast. Jetzt kannst du entsprechend Karten ziehen, um für das Verspotten rote Karten zu bekommen. Alle Karten zählen. Bildkarten zählen. Zahlkarten zählen. Ah ja, okay. Also ziehe ich jetzt elf Karten. Ziehst jetzt elf Karten. Warte, vier. Elf Karten. Genau. Und zählst jede rote raus. Genau. Also bleiben wir bei einer. Zwei. Ich habe jetzt vier gezogen, ne? Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf haben wir das, ne? Genau. Okay. Sieht super aus. Dann habe ich jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Das denke ich auch. Ich versuche mal, ob ich mithalten kann. Ja. Ich ziehe vier Karten für meinen Anführer. Ich ziehe zwei Karten jeweils für den. Zwei dafür und zwei dafür. Einen dafür und zwei dafür. Okay. Sind wir jetzt bei vier, sechs, acht, zehn. Auch elf Karten. Okay. Und auch ich benötige rote Karten und versuche jetzt, seine sieben Karten zu übertrumpfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf. Wollen wir mal vergleichen. Wie viel sind da? Gerade eben. Eins, zwei, drei, vier. Ich würde sagen, ich habe abgestunken. Herzlichen Glückwunsch. Deine Jungs haben mich erfolgreich verspottet. Und ich ziehe jetzt sechs Zoll angeheizt auf dich los. Und, oh, oh, ich bin hart in Reichweite. Das kommt gleich zum Boxen. Ja, sehr gut. So. Mein Anführer marschiert hierher. Die Dame marschiert hierhin. Aber als meine Aktivierung ist, kann ich dich boxen, ja? Da es deine Aktivierung ist, boxst du jetzt zuerst los. Ich darf mich noch verteidigen. Nein, das darfst du nicht. Aber, ich möchte, ich möchte. Jetzt wichtige Sache. Alle Figuren, die im Basekontakt sind, neben meiner Schlägerei teile ich. Ja. In diesem Fall ist es der alte Garde, Mensch von dir. Dein Anführer, die zweite alte Garde. Ja. Bei mir sind es mein Anführer, mein Neuling, mein Neuling, meine alte Garde. Ja. Ziehe bitte vier Karten, äh, acht Karten, Entschuldigung. Ja. Vier für den Anführer, zwei für die alte Garde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bildkarten sind Treffer. Okay. Also. Jegliche Farbe? Nope. 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 Eins. Nope. As ist kein Bild. As ist ein Bild. Das ist das Höchste. Dann sind wir bei drei. Wow. Drei Treffer. Ich glaube, das gibt nochmal echt böse auf die Nase. Okay. Gucken wir mal. So, dann wollen wir mal gucken. Ich ziehe vier, fünf, sechs, acht Karten und versuche möglichst viele Bildkarten zu kriegen. Und zu den Assen erzähle ich gleich noch was. Das ist nochmal spannend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ups. Halt gezogen. Schneiden wir raus. Ne, wachen wir weiter. Okay. So. Ich habe eine Dame, du hast drei Bildkarten. Ja. Zwei Sachen. Das eine ist, ein Ass ist so hoch, das kann man niemals toppen. Okay. Damit habe ich auf jeden Fall einen Verlust sicher. Okay. Jetzt geht es weiter. Dein König schlägt meine Dame. Ah, okay. Wirklich, nach dem klassischen Kartenprinzip. Genau. Der zweite Verlust. Dein Bube schlägt meine weitere Person. Weil da kommen sie sicher. Das heißt, die Karten blocken sich gegenseitig dann ab, ja? Genau. Ah, okay. Dann wird eben abgehandelt von der höchsten zur niedrigsten Karte. Werden die Verluste ausgerechnet. Ja. So, ich habe jetzt einen Verlust von drei Leuten mit einem Punktwert von vier. Ja. Wenn wir auch Punkte spielen würden, würdest du jetzt halt vier Punkte als Siegpunkte für die Verluste von mir bekommen. Mhm. Und du würdest zusätzlich noch einen weiteren Siegpunkt bekommen, weil du den Nahkampf gewonnen hast. Okay. Das ist das eine. Ich nehme jetzt meine Figurenverluste erstmal weg. Ja. Jetzt kommt es aber noch härter. Meine Jungs haben jetzt natürlich echt Muffensausen bekommen. Ja. Die haben echt die Hucke voll gekriegt, Nase ist blutig. Die ziehen sich erstmal sechs Zoll zurück. Ganz klar. So eine summaridierende Horde von Hippies, da muss man auch Respekt haben. Da ist Vorsicht geboten. Ich sage es dir. Ich sage es dir. So. Meine Jungs sind zurück. Ich mache jetzt einen Bottle-Test und stelle erst mal fest, ob sie dann ihre Moral halten können. So gut bei der Sache bleiben. Der Bottle-Test? Der Bottle-Test. Das heißt tatsächlich Bottle-Test. Okay. Das heißt, Sie gucken mal in die Flasche, ob sie noch mutig sind, ja? Genau das. Ich ziehe eine Karte, unter acht, es muss möglichst niedrig sein. Ja. Ist alles okay. Über acht müssen wir gleich mal in die Liste gucken, wie das Ergebnis ausschaut. Oh, alles klar. Ich habe einen Buben. Und? Das ist über acht. Das ist über acht. Wir haben aber Glück. Ich habe meinen Anführer dabei. Ja. Damit verlieren meine Figuren allenfalls nächste Runde ihre Aktivierung. Aber nicht in dieser Runde, sondern erst in der nächsten Runde. Okay. Jetzt bin ich erst mal durch. Ja. Kann nichts mehr machen. Ui, das ist natürlich hart. Ist aber gut. Ich habe meinen Anführer dabei gehabt. Ohne den hätte es jetzt schon sehr viel böser ausgesehen. Okay. Das war es im Prinzip für mich jetzt. Wir können jetzt weitermachen. Ah, ja, aber das passt ja tatsächlich ziemlich gut, weil die zehn Minuten jetzt auch durch sind. Ich habe ein bisschen rüber geschwollt. So schnell schon? Ja. Das waren schon zehn Minuten tatsächlich. Ich glaube, wir haben das ein klein bisschen überzogen. Aber es ist vollkommen okay. Ja, nein, alles gut. Das ist super. Das ist aber ein Spiel, da spielt man normalerweise mit mehr Truppen als einen. Genau, richtig. Was für Fraktionen gibt es? Es gibt eine generische Box, wo halt so Hippies und Skinheads gemischterweise drin sind. Weil die Skinhead-Kultur, die Hooligan-Kultur in den 70er Jahren, wo es auch keine Kultur war, war sehr, sehr bunt gemischt. Da gab es wirklich alle Arten von Menschen, die eben halt im Fußballstadion einfach waren und randaliert haben. Ja. Und da gab es eben diese Klassengeschichte nicht wie Uniformen oder Hautfarbe oder Ideologien oder sowas. Da wurde einfach irgendwie aufs Feld gestürmt, geprügelt und Randale gemacht und da war alles dabei. Und entsprechend ist die Box eben auch so ausgelegt. Ja. Eine Box gibt es, da sind 24 Miniaturen drin, bunt gemischt. Die kann man sich dann so zurecht machen, wie man mag. Ah, okay, alles klar. Manche Leute teilen sie auf, dass sie sagen, okay, ich möchte nur die Skinheads und der andere nur die Hippies. Oder man sortiert es nach Vereinsfarben. Okay, man kann natürlich Themengruppen dann machen. Genau. Die Spielfiguren sind also alle im Endeffekt gleich von den Werten her. Genau, richtig. Ah, das ist ganz cool. Und wo kann man sich denn über das Spiel informieren? Entweder bei uns auf der Homepage, agroskirmisch.de. Ja. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist auch über die agroskirmisch.de verfügbar, also kann man das schon verlinken. Man kann sich bei NC Castings darüber informieren, das ist der Publisher, die das Spiel rausgebracht haben. Nanostrategie, die verkaufen es und haben es auch im Programm. Das ist sehr gut natürlich für den deutschen Vertrieb, auch für den deutschen Markt, dass wir die Community damit auch ein bisschen ankurbeln können, weil die Figuren einfach verfügbar sind ohne Wartezeit und ohne teures Porto aus England. Klar, logisch. Ey, Mario, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. War ein sehr schönes Spiel, also ich finde es überraschend witzig. Ist aber, also eben, wir haben es nur kurz mit einem so einen Trupp gemacht, weil es ja eigentlich so ein Massen-Spiel da eigentlich. Finde ich super, macht Spaß. Wir haben auf den Schimmer, wie lange gibt es das Spiel eigentlich schon? Das gibt es jetzt seit vier Jahren etwa. Es ging voller mir vorbei. Na ja, macht es besser, schaut auf die Website, ich kriege es euch an. Also. Ich hoffe, dass euch diese Zusammenstellung von Themen einigermaßen gefallen hat und dass ihr vielleicht inspiriert worden seid, vielleicht für neue Maltipps, für neue Figuren, für neue Spiele, whatever. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe nämlich Bock auf eure Meinung. Eure Meinung ist mir tatsächlich auch wichtig. Und dazu gibt es zum Beispiel hier diese ganzen Social-Media-Kanäle von mir. Da könnt ihr mich kontaktieren. Ihr könnt mir da auch gerne folgen, weil das nicht nur ein Kontaktrohr zu mir ist, um irgendwie Feedback zu geben, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, dort ein bisschen hinter den Kulissen mal zu schauen. Wenn ich Dice produziere, wenn ich weitere Sachen auf dem Tisch habe, bevor sie in der Sendung kommen oder einfach ein paar Gedanken zur Hobbywelt, werden dort euch präsentiert. Und ganz besonders kann ich euch natürlich den YouTube-Kanal von Dice empfehlen, der im Endeffekt die Zweitverwertung von diesem Video ist. Denn alle Folgen von Dice werden dort dienstags hochgeladen. Mittlerweile sind es dann jetzt mit dieser Folge 84 Folgen, die ihr euch angucken könnt. Das sind also über 40 Stunden. Und wenn wir das ganze Material uns noch dazu holen, was nicht zusätzlich und exklusiv auf dem YouTube-Kanal ist, ja, fuck off. Dann habt ihr ein ganzes Wochenende, das ist ja schon, zwei Wochenende, eine ganze Woche könnt ihr euch Tabletop-Gelöt anschauen und anhören. Also dementsprechend ein Abo dalassen könnt ihr gerne mal. Und wenn es euch gefällt und wenn es euch nicht gefällt, ja, dann lasst es einfach. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag hier um 18 Uhr bei Rocket Beans TV wieder und ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer, ach ja, wenn ihr Kommentare dalasst, natürlich seid nett zueinander, seid nett zu mir. Ich bin ein ganz, ganz sensibles Sensibelchen und wenn ihr halt nicht nett seid, gibt es Kraft magar für alle. Kann keiner wollen. So, ich gehe in die Sonne. Macht's gut. Ciao. Palabereidenz kille. Nä Sanderspesig! Artaf bull Sírgült! Artaf die Pf decirse! Artaf Bulle!